Auch von hier aus nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir den Gottesdienst heute Morgen feiern dürfen, dass ich nochmal bei Ihnen sein kann. Sie haben eine der schönsten Kirchen in Baden-Württemberg, wissen Sie das? Das ist eine ganz wunderschöne Kirche mit einem schönen Ausblick und auch von unten. Also wir haben nicht direkt den Weg hierher gefunden, muss ich zugeben. Wir sind dann falsch gefahren, standen unten vor dem Berg, hatten aber einen sehr schönen Blick auf die Kirche. Im Notfall haben wir gesagt, steigen wir aus und gehen die Treppe hoch. Dann sind wir auch irgendwann hier. Wir haben es dann doch gefunden auch. Sind wir dankbar, dass wir hier sein dürfen. Schön. Ich habe Ihnen heute Morgen einen Text mitgebracht aus 2. Könige 18. Und Sie haben vielleicht schon in der Textlesung gehört von Assyrien und von Gaza. Und Gaza ist ja im Moment in aller Mund. Das war vor einigen Monaten noch nicht so, aber jetzt ist das ja etwas, was die ganze Welt bewegt. Ich will aber nicht über den Gaza-Streifen predigen heute Morgen, weil da muss man erstmal nochmal abwarten, was da passiert ist alles. Und was da überhaupt auch alles ausgeht. Ich glaube aber trotzdem, dass Gottes Wort aktuell ist. Und ich glaube, dass wir in dem Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen, ein antikes Vorbild finden für etwas, was sich in der Endzeit wiederholen wird. Das wird nochmal kommen. Also ich beschäftige mich halt auch viel mit prophetischen Themen, weil ich glaube auch, dass das wichtig ist. Manchmal muss man sich auch mit Sachen beschäftigen wie dem verlorenen Schäflein, dem verlorenen Groschen und dem verlorenen Sohn. Aber manchmal darf man auch, glaube ich, tiefer in die Bibel einsteigen. Und nach 2000 Jahren Christenheit warten wir ja umso mehr, dass Christus wiederkommt. Und wo Israel wieder existiert, haben wir das ja auch, dass wir uns eigentlich auch fragen, wann kommt der Herr zurück. Meldet sich schon der Netanjahu da am Telefon wahrscheinlich. Also Israel ist schon der Zeiger an der Weltenuhr, das muss man schon sagen. Und wir sind ja sehr aufmerksam, was da passiert in diesem Land. Was ich Ihnen heute mitgebracht habe, das ist die Rede des Rapschaken. Und zwar war ja heute Morgen in der Vorrede auch nicht nur von Gaza die Rede, sondern auch von Assyrien. Und das antike Assyrien, da könnte man fast meinen, das wäre der heutige Iran. Und das bewegt sich ja auch sehr im Nahen Osten. Der Iran ist ja sehr gegen Israel eingestellt und versucht Israel zu vernichten und drängt auch nach Süden vor. Und genau das haben wir hier auch in unserer Geschichte. Wir haben auch ein paar Bilder, wenn ihr die vielleicht einblenden könntet. Nur, dass ihr so ein bisschen auch einen Eindruck habt, wo wir uns da befinden. Und das ist so im Jahr 701, 702 vor Christus. Ja, vielleicht noch mal zurück. Das war 733, so sah die Welt damals aus. Also da hat man Israel und Judah und im Norden Assyrien und dazwischen das braune Assyrien. Die Philister seht ihr auch unten links von Judah. Also das ist der heutige Gaza-Streifen, den gab es also damals auch schon. Und die antike Welt sah so aus und Assyrien hat immer weiter nach Süden vorgedrängt. Vielleicht macht man mal die zweite Folie. Das sah einige Jahre später dann so aus. Das erwarte ich wieder. Das wird wieder kommen. Das ist jetzt da vielleicht noch wenig verständlich, aber ich glaube, dass das kommt. Und da in diese Geschichte, da tauchen wir ein. Und wenn man einige Jahre weiter sieht, dann sah das so aus, in der nächsten Folie, dann war alles rot. Da haben die Assyrer alle Länder erobert. Die haben immer weiter nach Süden sind die vorgedrungen und haben dann irgendwann den Norden Israels und irgendwann auch Judah erobert. Und standen dann vor Jerusalem und haben als letzte Stadt dann auch Jerusalem erobert worden. Und wollten auch die als letzte Stadt Jerusalem erobern, aber das ist ihnen nicht gelungen. Und die Geschichte, die wundert sich bis heute, warum das nicht gelungen ist. Weil der assyrische König, der hatte sich dort in der Nähe gelagert und hat seinen Rapschaken, seinen Generalen nach Jerusalem raufgeschickt mit 185.000 Soldaten. Also wir kommen aus der Nähe von Pforzheim. Ich glaube, Pforzheim hat 130.000 Einwohner, 185.000 Soldaten. Alles kriegserprobte Leute, die kommen nach Jerusalem rauf. Und die Stadt Jerusalem wie eine Hütte im Weinberg, komplett isoliert. Und die bauen sich dann vor der Stadt auf. Und in der Stadt war der König Hiskia und der Prophet Jesaja. Also der Hiskia, ein sehr gottergebener, gläubiger Mann, der auch den Gottesdienst wieder zurück nach Jerusalem bewegt hat. Und Jesaja, unbestritten einer der wichtigsten Propheten im Alten Testament. Und diese beiden Männer, die sind in Jerusalem. Hiskia, noch ein sehr junger König, 25 Jahre war der, als der König wurde. Aber ein sehr kluger Mann. Und die werden jetzt belagert von so einer großen Armee. Und die stehen jetzt vor der Stadt. Und dann ruft der General von den Assyrern, der ruft eine Rede in die Stadt Jerusalem rein. Und das ist, um die zum Aufgeben zu bewegen. Der ist ja klug, der will nicht kämpfen, obwohl der eigentlich die Übermacht hat. Ist ihm natürlich lieber, die Stadt gibt einfach so auf, ohne Kampf. Und dann ruft der Rapschake eine Rede in die Stadt Jerusalem rein. Und die gehört für mich zu einer der klügsten Reden, die in der Bibel überhaupt gehalten wird. Aber auch sicher zu einer der brutalsten Reden. Psychologisch sehr, sehr klug. Der versucht, das Volk Gottes zum Aufgeben zu bewegen. Und da sind wir eigentlich am Kern. Und die Rede, die möchte ich Ihnen gerne heute Morgen vorstellen, weil wir als Christen ja auch mehr und mehr in so eine defensive Situation kommen. Also der Glaube geht ja eigentlich sehr stark zurück in den westeuropäischen Ländern. Und die Christenheit hat manchmal so den Eindruck, als ob sie ganz isoliert wäre. Aber wir sind nicht alleine, ja. Und in diese Situation rein, da spricht der Rapschake seine Worte. Also ich lese mal so von Vers 17 an. 2. Könige 18 von Vers 17. Und der König von Assyrien sandte den Tartan und den Erzkämmerer und den Erzschenken von Lachis zum König Hiskia mit großer Macht gegen Jerusalem. Und sie zogen herauf. Und da sie hinkamen, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teichs, der da liegt, an der Straße bei dem Acker des Waldmüllers und riefen nach dem König. Da kam heraus zu ihnen El-Jakim, der Sohn Hilkias, der Hofmeister und Sedna, der Schreiber und Joach, der Sohn Asafs, der Kanzler. Und der Erzschenke, also der Erzschenke ist eigentlich dieser General, der Rapschake, ja. Der Erzschenke sprach zu ihnen, sag doch dem König Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Und jetzt beginnt diese Rede. Was ist das für ein Trotz, auf den du dich verlässest? Meinst du, es sei noch Rat und Macht zu streiten? Worauf verlässest du dich denn nun, dass du mir bist abtrünnig geworden? In anderen Übersetzungen da steht, was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Was ist das für ein Glaube, den du glaubst, du Christ, ja, wenn man das übersetzen würde auf heute. Also das Erste, was der Rapschake da versucht, vor dem Volk Gottes des alten Bundes anzugreifen, war der Glaube. Und das Wort, das ist das, was der Teufel heute auch in unserem Leben angreifen will. Sollte Gott gesagt haben, da hat doch alles mit angefangen. Sollte Gott gesagt haben. Das war der Zweifel, den die Schlange schon im Paradies gesät hat und den wir hier auch wieder sehen, dass der Rapschake das versucht, beim Volk Gottes zu demontieren. In anderen Übersetzungen steht, meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Welche Worte? Naja, die Worte Gottes in der Bibel. Glaubst du, dein Glaube dem genügt das Wort Gottes? Glaubst du, du könntest dem modernen Islam widerstehen? Glaubst du, du könntest dem Humanismus widerstehen mit deinem bisschen Glaube, was du hast? Das ist das, was man hört heute, wenn man Abitur macht, oder? Soll in den oberen Klassen, da geht ja die Diskussion auch rum, ist der Glaube wahr, oder? Weißt du nicht wahr? Also wenn ich das sagen darf, für mich, ich bin jetzt, naja, gut 30 Jahre, 35 Jahre lang Christ, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und je älter ich werde, desto mehr muss ich sagen, die Bibel, die ist komplett wahr. Das ist reine, reine Wahrheit. Aber in einer Welt voller Lüge, in der wir leben, da wird die Wahrheit natürlich denunziert. Und da wird die Wahrheit schon lächerlich gemacht. Aber die Bibel, das ist reine Wahrheit, das ist alles wahr. Also ich habe in meinem Beruf lernen müssen, alles anzuzweiten, was ich lese. Und wir haben Gutachten geschrieben für Banken, ja. Und man hat uns beigebracht, alles zu kritisieren, alles zu hinterfragen, nichts zu glauben, sondern alles selber zu prüfen. Der Bibel gegenüber habe ich das vollkommen abgelegt. Ja, ich glaube allem, was geschrieben steht. Wenn ich was nicht verstehe, dann muss ich mich hinterfragen, ja. Das ist Gottes Wort und das versucht der Feind anzugreifen. Mit moderner Bibelkritik, ja, ihr kennt das ja selber auch, mit dem Versuch, die Bibel irgendwie abzusprechen oder zu sagen, ist historisch ungenau oder macht auch geistliche Aussagen, die nicht haltbar sind. Ich habe nichts gefunden in der Bibel, wo ich sagen würde, das ist falsch oder das ist nicht glaubwürdig, wie der Paulus ja auch schreibt, ja. Ja, das Wort Gottes ist aller Annahme wert, das ist Gottes Wort. Nur in uns ist manchmal so ein, vielleicht ein Problem im Verständnis. Vielleicht fehlt uns manchmal ein bisschen Gottes Geist dazu, das Wort Gottes zu verstehen, aber das Wort Gottes ist alles wahr. Ja, das spürt man auch. Man kann das studieren, dann kann man das sehen, aber man kann das auch essen. Man kann das Wort essen, man kann das schmecken und man schmeckt die Würde dieses Wortes, ja. Das ist ein würdiges Wort und das kann man, das lässt den Menschen nicht so, wie er war. Ich kannte mal einen amerikanischen Prediger und der hat erzählt, er war in der High School in den USA und hat mit jemandem über den Glauben gesprochen. Und dann hat dieser Mitschüler zu ihm gesagt, du, ich bin gar kein Christ, das Wort Gottes ist für mich gar keine Instanz, das ist gar nicht glaubwürdig für mich. Du kannst mir so viele Bibelfersen nennen, wie du willst, aber ich glaube dem Wort ja überhaupt nicht. Also von daher ist das eigentlich auch, hast du gar nichts. Und dann ist er nach Hause gekommen und dann sagt er, beim Mittagessen war ein Pastor bei ihm am Mittagstisch und dem hat er davon erzählt. Dann hat der Pastor zu ihm gesagt, das Wort Gottes, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, lass dir das nicht wegnehmen. Und wenn du dir einen Bibelfers sagst, dann wird er vielleicht den Vers leugnen und er wird sagen, ich glaube da gar nicht dran, aber das Wort Gottes steckt ihm im Herzen. Und er geht damit ins Bett und er steht damit morgens auf und das Wort, das hat Verheißung. Sag ihm ruhig das Wort. Er mag sich dagegen wehren wollen, aber das Wort Gottes hat Kraft und Verheißung. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, das habe ich mir lange gemerkt, das habe ich vor fast 25 Jahren gehört, aber ich habe gedacht, der Mann hat recht. Wenn ihr in der Schule seid oder im Beruf irgendwo und sagt vom Glauben, flechtet so ein Bibelfers da rein. Die Arbeitskollegen, die mögen sich vielleicht darüber, darüber vielleicht auch manchmal spotten. Ja, und sie gehen trotzdem mit dem Bibelfers nach Hause. Das Wort Gottes hat Kraft, das ist wahr, das geht ins Herz. Habe ich mir gemerkt, wollte ich euch nur so weitergeben heute Morgen, aber das ist der Rapschake, das ist das Erste, was er angreift. Er sät Zweifel am Wort Gottes. Ja, der steht vor der Stadt Jerusalem mit seinen ganzen Truppen, die hinter ihm sind. Die sind ja mit großen Gebränge aufmarschiert. Der Hiskia hat die Stadt befestigt, der hat die Häuser abgebrochen, um die Stadtmauer zu verstärken. Der hat die Brunnen abgedeckt vor der Stadt Jerusalem, damit der Feind halt keine Infrastruktur hat und sich da versorgen kann, während er die Stadt belagert. Der hat dem Volk gesagt, schweigt und antwortet dem Feldherr nichts, weil dieser Junge, Hiskia, hat sich schon gedacht, dass der Feldherr vor die Stadt hinstellt und redet und versucht, die Herzen der Männer zu gewinnen und abspenstig zu machen. Und deswegen hat er dem Volk gesagt, dass in der Stadt war, antwortet dem nichts, diesem Rapschaken. Dem Rapschaken zu antworten, hat auch schon im Paradies für Unheil gesorgt. Ja, die Schlange fängt ja auch an und verstrickt die Eva in ein Gespräch, sollte Gott gesagt haben. Nein, nein, sagt Eva, so war das von Gott überhaupt nicht gemeint. In dem Moment hatte sie verloren. Und hier sagt Hiskia auch, antwortet dem nichts und redet nicht zu ihm. Denn der kommt mit großer Macht nach Jerusalem, steht vor der Stadt, baut sich dort auf mit seinen Offizieren, rechts und links von ihm, hinter ihm kampfverprobte Truppen und sitzt er unter seinem Balldach hin und redet eine schmutzige, freche, radikale und sehr, sehr kluge Rede in diese Stadt Jerusalem rein. Ja, das ist die Situation. Und ich meine, ihr seht das selber, das ist alles rot, das ist alles Assyrien. Ja, Jerusalem war alleine übrig geblieben und es waren viele andere Städte auch gefallen. Die hatten keine Chance, menschlich gesehen. Und das nutzt der assyrische Feldherr der Rapschake und er sagt auch zu ihnen, siehe, du verlässest dich auf diesen zerbrochenen Rohrstab auf Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringt und sie durchbohren wird. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die sich auf ihn verlassen. Südlich hiervon, da sieht man noch so einen kleinen blauen Fleck unten, da war Ägypten. Und einige Teile des Nordreichs hatten sich versucht, mit Ägypten zu koalieren gegen die Assyrer, was aber nicht gelungen ist. Hiskia hat das nicht gemacht, weil der Jesaja ihm im Gottesauftrag davon abgeraten hat. Aber der Rapschake offenbart hier so ein bisschen seine Unkenntnis. Ja, etwas lässt er dahinter schauen. Und ich sage euch was, der Feind weiß von uns auch nicht alles. Ja, der weiß nicht alles. Manche Dinge sind immer auch verborgen, wenn wir in Christus sind. Wichtig ist, dass wir in Christus sind. Ja, in so Zeiten, wie heute in Christus sind. Und ich darf euch sagen, Corona und Ukraine und vielleicht jetzt auch Israel scheucht die Menschen wieder zurück zum Evangelium, zu Christus. Das scheucht, weil sie Angst bekommen, weil sie sagen, was ist denn los in der Welt? Und viele erinnern sich an ihre Konfirmation oder an ihren Glauben von früher. Und ich habe einige Gespräche geführt in den letzten Wochen, wo Menschen sagen, ich will wieder anfangen, die Bibel zu lesen. Oder ich will mir eine Bibel kaufen. Welche soll ich denn kaufen? Ja, ganz spannend. Als ob Gott die Menschen zurück scheucht zum Evangelium. Ein Leben ohne Basis, ohne Grundlage, ohne Glauben ist nichts wert. Und da bleibt nichts für euch übrig. Da bleibt nichts für euch übrig. Und wir wissen das eigentlich schon. Wir hören ja gleich noch von Ihnen einen Vortrag über Sterbehilfe, Altenpflege. Ich greife Ihnen nicht vor. Ich bin ja selber gespannt. Aber ein Leben ohne Glauben, ja? Also ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Ich würde das auch niemandem wünschen. Und wer Glauben hat, heia, wohl dem in so Zeiten wie jetzt, ja? Wie geht er weiter vor der Rapschake? Also das Erste ist er, er sät Zweifel natürlich am Wort Gottes und am Glauben und an den Koalitionspartnern. Und dann sät er Zweifel am Hiskia. Der sät Zweifel am König. Er versucht, das Volk vom König abspenstig zu machen. Er versucht, nach Jerusalem rein Zwistigkeit zu bringen. Streit, Unglaube, ja? Er sagt, oder wolltet ihr zu mir sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Ist er es denn nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia entfernt? Und zu Judah und zu Jerusalem gesagt hat, nur vor diesem Altar, der in Jerusalem ist, sollt ihr anbieten? Das heißt, er sät Zweifel an Hiskia und letzten Endes an Gott selbst, ja? Der sagt ja, wenn ihr sagt, wir verlassen uns ja gar nicht auf Ägypten, sondern wir verlassen uns auf Gott. Ja, sagt er, der Gott, den ihr gerade beleidigt habt? Denn euer König hat ja gesagt, ihr sollt die Altäre überall abbauen und ihr sollt nur noch in Jerusalem anbeten. Ja, er verlässt sich auf diesen Volksglauben, der gedacht hat, Anbetung wäre überall möglich. Und er sagt, Hiskia hat diesen Gott doch beleidigt. Wenn er sagt, ihr verlasst euch auf Gott, den habt ihr gerade, euer Hiskia hat euren Gott beleidigt. Das ist klug, was der macht. Das ist fast so, als ob der Feind versucht, zwischen die Gemeinde und Jesus einen Keil zu treiben. Ja, so versucht der Feind, einen Keil zwischen dieses Volk in Jerusalem und Hiskia zu treiben. Und das macht er mehrfach. Der ruft auch nachher zum offenen Aufruhr auf, Meuterei, Meuterei gegen Hiskia. So steht er vor der Stadt. Das war eine ganz gefährliche Situation für Jerusalem. Gott hat ihr später daraus geholfen. Aber ich finde das hochspannend, wie der Feind versucht, das Volk Gottes unter Druck zu setzen, unter psychischen Druck, unter geistlichen Druck, in Streit zu verwickeln, Zwistigkeiten unter dem Volk anzufachen, für seinen eigenen Vorteil. Gott lässt uns hier hinter die Kulissen schauen. Gott zieht die Kulissen weg. Wir dürfen einen Blick dahinter werfen. Warum? Damit wir klug sind. Ja? Ich sage meinen Kindern immer, ihr müsst klug sein. Dumm sind ja die anderen schon. Ja? Und wir Christen sollen auch kluge Leute sein. Spurgeon hat gesagt, ein englischer Prediger, Gott braucht nicht unsere Klugheit. Aber noch weniger braucht er unsere Dummheit. Und ich glaube, da hat er recht. Gott will ja, dass wir geschult sind in geistlichen Dingen, dass wir manchmal hinter die Dinge schauen, dass wir nicht nur alles glauben, was uns präsentiert wird, sondern dass wir lernen, die Dinge zu deuten, dass wir vorsichtig sind. Die Bibel sagt ja auch, prüft alles und das Gute behaltet. Paulus sagt, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und heute sind viele Geister unterwegs. Das kann man, glaube ich, sagen. Ja? Und das Volk Gottes soll klug sein. Wir müssen uns schulen an diesem Wort Gottes. Das hat alles, was wir brauchen. Ein bloßes Wort ist schon Rat und Macht zum Krieg. Ja? Müsste man dem Babschaken eigentlich antworten. Ja? Also er sagt, wenn ihr mir sagen wolltet, wir verlassen uns da auf den Herrn und zum Gott, ist es denn nicht er, dessen Höhen und Altäre Hiskia entfernt hat? Euer König hat doch Gott beleidigt. Ihr seid gottlos. Gott ist nicht mehr bei euch. Gott mag euch nicht. Dann fängt er an und provoziert das Volk auf der Mauer und sagt wohl an. Sagt er, nimm eine Wette an mit mir. Lass uns wetten. Ja? Nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Pferde geben, ob du Reiter dazu stellen kannst. Komm, ich gebe dir 2000 Pferde. Mal gucken, wie viele Reiter du hast. Ja? Vielleicht verplappert sich einer und sagt, nee, wir haben 4000 Reiter. Ja? Hiskia hat gesagt, schweigt. Redet nicht mit ihm. Und er versucht, merkt ihr das, wie er versucht zu provozieren, wie diese Rede an den Nerven der Männer zerrt hin und her. Und nachher droht er ihnen. Dann versucht er sie wieder, ihr Vertrauen zu gewinnen. Das ist wie eine Natter, die sich um die Männer schlingt. Das ist das, was die Bibel uns hier zeigt. Wohl an, nimm eine Wette an. Komm, lass uns wetten. Das heißt, er provoziert das Volk in der Stadt, um Informationen über die Truppenstärke der Belagerten zu erlangen. Wie willst du denn zurücktreiben, auch nur einen der geringsten von meines Herrn untertanen, der verhöhnt das Volk Gottes. Sagt, ihr seid schwach. Ihr seid allein. Ihr habt nichts, ihr seid nichts. Und schaut euch eure Situation doch an. Ja? Das ist das, was uns heute entgegenkommt. Warum gibt uns Gott so eine Geschichte mit? Naja, weil er uns zeigen will, was passiert heute, mit welchem Geist wir zu tun haben und wogegen wir kämpfen sollen. Mit Gottes Wort, ja? Und du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Gespanne willen. Also erneut offenbart er eigentlich seinen Verdacht, der aber falsch war zu der Zeit. Und dann kommt etwas ganz Erstaunliches. Jetzt sagt er nämlich, ich habe mich bei dem Lesen immer gefragt, was hätte ich denn jetzt als nächsten Punkt genommen? Wie geht man denn da vor? Jetzt kommt was Interessantes und er sagt, meinst du aber, ich sei ohne den Herrn heraufgezogen? Versteht ihr, dass ich diese Städte verderbe? Der Herr hat es mir geboten, zieh herauf in dies Land und verderbe es. Versteht ihr, was der tut? Der sagt, ich bin im Auftrag Gottes hier. Der Herr hat mich gesandt, nicht euren Hiskia, nicht eure verbockte Art hier. Ich bin im Auftrag Gottes hier. Das ist Verflug. Und das Reich ist dann, versteht ihr, die sind übernächtig, die haben ihre Häuser abgebrochen, die haben die Stadtmauer verstärkt, die haben Verteidigungsanlagen gebaut, die sind müde, die sind hungrig. Und jetzt steht er vor der Stadt und zerrt an denen. Das ist eine heftige Situation. Paulus sagt es im Neuen Testament auch. Solche falschen Apostel und trüglichen Arbeiter verstellen sich zu Christi-Aposteln. Der sagt ja auch, ich bin ihm, der Herr hat mich geschickt, Gott hat mich geschickt, bin im Auftrag Gottes. Und Paulus sagt im Neuen Testament, es gibt auch falsche Apostel und trügliche Arbeiter, die sich zu Christi-Aposteln verstellen. Das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Das schreibt Paulus im Neuen Testament. Wir müssen also klug sein. Es geht um Verstellung. Es geht um Mimikrie. Es geht um Verhüllung, wo man hinterschauen muss. Da sprach El-Jakim, der Sohn Hilkias. Jetzt antworten die Leute dem Rapschaken von der Mauer. Und Joach zum Rapschake. Rede mit deinen Knechten doch auf Aramäisch, auf Syrisch, auf Assyrisch. Du kannst in deiner Landessprache mit uns reden. Denn wir verstehen es und reden nicht mit uns Hebräisch vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Der sagt, um Himmels Willen, red bloß nicht Hebräisch. Du machst ja das ganze Volk abspenstig von uns. Du kannst schon auf Assyrisch mit uns reden. Wir verstehen dich auch so. Es war ein etwas hilfloser Versuch, diesen Angriff des Rapschaken abzuwehren. Denn da packt er sofort nach. Der fasst sofort zu. Der Rapschake sprach zu ihm, hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede und nicht vielmehr zu den Männern auf der Mauer? Der sagt, mit euch habe ich da gar nichts zu tun. Ich will die Männer. Ich will die Herzen der Männer. Bei euch weiß ich, dass ihr zu Hiskia steht. Ich will die Gemeinde. Ich will nicht die Vorstände, nicht die Ältesten, nicht die Presbyter. Die Gemeinde will nicht. Denn da ist der Schwachdruck. Das sagt er ganz offen. Er will die Herzen der Männer und nicht die der Führer. Das heißt aber, dass der Hebräisch kann, oder? Der kann die fromme Sprache. Der ist klug. Der ist ein böser Mann. Der ist ein schmutziger Mann. Aber ein kluger Mann. Und der kann die fromme Sprache. Der kann sich verstellen. Der redet auf Hebräisch. So dass die Leute auf der Mauer sagen, rede doch mit uns in Assyrisch. Wir verstehen ja Assyrisch. Aber du machst es ja die ganzen Leute absprechen. Ja? Das ist aber. Der kann die fromme Sprache. Der kann sich verstellen, wie der Paulus sagt. Und der Rapschake sagt, hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede und nicht viel mehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, dass sie mit euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Harn saufen. Luther. Luther war immer schon ein bisschen der, aber der hier auch. Der sagt, ihr werdet alle verhungern. Ihr werdet Dinge essen und trinken, die könnt ihr euch mal überhaupt nicht vorstellen. Das ist ein frecher Mann. Das ist ein schmutziger Mann. Der kann Hebräisch. Und der hat was gegen das Volk Gottes. Wie klug müssen wir sein heute. Ja? Wie klug, dass wir hinter Dinge schauen. Wir sollen geübte Sinne haben. Und zur Übung heißt oft wiederholen. Übung heißt scheitern, sich irren, sich korrigieren, neu anfangen, neu überlegen, neu prüfen. Übung. Ein Mensch, der im Glauben alt geworden ist und der Gottes Wort kennt, das ist ein kluger Mensch, weil der geübt ist. Der hat nicht nur Lebenserfahrung, der hat Glaubenserfahrung. Der hat Instinkt. Der weiß etwas, was die Jugend vielleicht noch nicht so weiß. Davon kann eine Gemeinde zehren, von der Weisheit, von dem, was ein Mensch im Glauben erlebt und vielleicht auch durchlebt hat mit seinem Herrn Jesus Christus. Dieser Mann ist ein kluger Mann, aber ein frecher Mann. Ein brutaler Mann. Wisst ihr, was er jetzt macht? Der steht auf. Vorher saß der ja noch unter seinem Ball nach ihm. Aber der steht auf. Der tritt nach vorne. Ich kann das jetzt nicht hier. Der tritt nach vorne vor das Volk. Der ist nicht verfroren, der Mann. Der steht nach vorne hin. Der steht auf und ruft laut mit hebräischer Stimme. Mit lauter Stimme auf Hebräisch und sprach. Hört das Wort des großen Königs. Des Königs von Assyrien. Hört, sagt er auf Hebräisch. So spricht der König, lasst euch Hiskia nicht betrügen, denn er vermag euch nicht zu erretten aus meiner Hand. Hiskia ist ein Betrüger. Der steht auf, auf Hebräisch. Lasst euch von dem nicht, das ist ein Betrüger, Hiskia. Versteht ihr, was da passiert? Das ist irre, was hier abläuft. Das ist die Situation von dem Volk Gottes damals. Lasst euch Hiskia nicht verleiten, verführen, auf den Herrn zu vertrauen. Dass er sagt, der Herr wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien gegeben. Lasst euch nicht betrügen von diesem Hiskia. Das ist laut. Das ist angsteinfassend. Als ob er sagen will, der Glaube genügt nicht. Der Glaube allein an Christus genügt nicht. Und ihr seid allein, ihr seid verloren, ihr seid isoliert. Gott ist nicht da. Wir sind im Auftrag des Herrn da. Das ist das, was dem Volk Gottes hier entgegenkommt. Das war die Zeit damals. Hört nicht auf Hiskia. Denn so spricht der König von Assyrien. Nehmt meine Gnade an. Jetzt wird er ganz lieblich. Gerade war er noch brutal. Er zerrt an den Nerven. Jetzt wechselt er die Taktik. Der wird ganz einladend plötzlich. Ja? Der zeigt, was er kann. Und dann wird er ganz freundlich. Und sagt, nehmt meine Gnade an und kommt zu mir heraus. Kommt zu mir heraus. So soll jedermann von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und von seinem Brunnen trinken, bis ich komme und euch hole in ein Land, das eurem Land gleich ist, darin Korn und Wein und Brot und Weinberge und Ölbäume und Honig sind, dann werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Die hatten Hunger. Die waren entkräftet. Die hatten Todesangst. Wenn da eine Staubwolke nach Jerusalem raufkommt und ihr hört die Trometen und ihr seht die Kampfelefanten und dann ziehen die Truppen auf. Die brauchen ja eine halbe Stunde, bis die sich mal formiert haben vor der Stadt. Und dann kommt er mit seinem Baldach hin und seinen Offizieren und du schaust in die Angesichter rein. Das war ja die Situation. Und jetzt sagt er, komm, komm doch zu mir raus. Seid nicht so verbockt. Immer mit eurem Evangelium. Macht ein bisschen Kompromiss, einen kleinen Kompromiss. Mein Land ist auch ein schönes Land. Ihr werdet nicht sterben. Und dann zählt er ihnen ja die Schönheiten des Landes auf. Korn und Wein und Brot und Weinberge und Ölbäume. Wenn wir morgens gut gefrühstückt hier sind, haben wir da kein so ein Problem mit. Aber stellt euch vor, wir hätten 14 Tage jetzt gefastet, weil wir anstrengende Arbeit hinter uns hätten. Und dann hört man so eine Rede. Das ist so eine Anfechtung. Klug ist er. Für mich gehört diese Rede zu einem der klügsten Reden in der Bibel. Und zu einer vielleicht auch der Lehrreichsten. Zum Schluss ruft er dann zu offener Aufruhr gegen Hiskia auf. Hört nicht auf, Hiskia, denn er verführt euch. Wenn er spricht, der Herr wird uns erretten. Hat auch nur einer der Götter der anderen Länder, die er schon erobert hatte, sein Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien? Nein. Also er appelliert an Vernunft. Er sagt, schaut euch doch um, wie das aussieht um euch herum. Alle Länder habe ich erobert. Keiner ihrer Götter hat sie gerettet. Wieso sollt ihr denn euer Gott euch retten? Vernunftsgründe, Logik, ja, Verstand. Wo sind die Götter von Hamad und Arpad? Wo sind die Götter von Sefar, Wain, Hena und Ava? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand? Nein. Und euch wird auch niemand retten, sagt er. Das war eine heftige Situation für das Volk Gottes. Da auf Hiskia zu hören und zu schweigen, nicht zu antworten, nicht zu reagieren, das ist schwierig. Und das geht euch vielleicht im Geschäftsleben oder in der Schule oder da, wo ihr seid, auch so. Manchmal muss man antworten, manchmal muss man schweigen. Manchmal ist es glücker zu schweigen. Manchmal ist es gut zu antworten. Und zu beiden braucht man Klugheit und Mut. Und das muss man lernen zu unterscheiden. Aber dieser Rapschake, der ist drauf und dran und zerreißt die Nerven der Männer da auf der Mauer. Wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet? Errettet hätte, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte. Vernunftsmäßig, logisch, nach Menschenverstand muss man sagen, da könnt ihr nur noch aufgeben. Da habt ihr keine Chance. Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts. Das finde ich toll. Die haben die Nerven gehabt, nichts zu antworten darauf. Das muss man mal können. Die haben nichts geantwortet. Denn der König hatte geboten, antwortet ihm nichts. Und da kam der Hofmeister El-Jakim, der Sohn Hilkias und der Schreiber Schebner und der Kanzler Joach, der Sohn Asafs, zu Hiskia mit zerrissenen Kleidern und sagten ihm die Worte des Rapschake an. Und in der Situation, da befindet sich ein Stück weit heute auch die christliche Gemeinde in Westeuropa. Denn wir werden ja auch ein Stück weit überfremdet. Da kommen neue Religionen zu uns, die sich sehr stark machen. Und die Gemeinde Jesu, die sieht immer schwächer aus. Das ist ein echtes Problem. Es geht echt zurück. Und in die Situation rein, glaube ich, ist das gut, wenn wir diese Predigt hier auch sehen und hier auch verstehen. Der König Hiskia, der hört davon, dann geht er in den Tempel Gottes und betet. Das fand ich klug. Der geht in den Tempel und betet zu Gott. Die Bibel sagt hier, dass der König Hiskia seine Kleider zerrissen hat und legt einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Und sandte Eliakim, den Hofmeister und Schepner, den Schreiber, samt den Ältesten, der Priester, mit Säcken angetan zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Und sie sprachen zu ihm. So sagt Hiskia. Jetzt kommt ein ganz spannender Vers. Da können wir heute leider nicht drauf eingehen, aber ein ganz spannender Vers. So spricht Hiskia. Das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Die Kinder sind gekommen an die Geburt und es ist keine Kraft, da zu gebären. Dieser Vers hat mich sehr nachdenklich gemacht und da hängt eine ganze Reihe von Bibelstunden dran an diesem einen Vers. Weil wenn der Hiskia gesagt hätte und gebetet hätte, Herr, hilf uns, morgen sind wir alle tot, das hätte ich verstehen können. Aber dass sein Problem ist, dass scheinbar keine Kinder geboren werden können, das kann ich nicht verstehen. Der betet ja und sagt, das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Warum? Weil die Assyrer vor der Tür stehen, weil der Grabschake nach Jerusalem reinschimpft und versucht, das Volk zu erobern mit Worten, wenn man so will. Aber warum ist denn hier ein Tag, an dem Kinder an die Geburt gekommen sind und keine Kraft da ist zu gebären? Das habe ich nicht verstanden. Logisch wäre für mich gewesen, wenn der sagt, Herr, da stehen 185.000 Soldaten, alle Kampfe erprobt. Hilf uns, die haben mit ihren Feinden Dinge gemacht, die ich heute Morgen von hier nicht sagen will. Hilf uns aus dieser notvollen Situation raus. Das hätte ich verstehen können. Aber dass ein Problem für ihn ist, dass Kinder nicht geboren werden können, das war für mich unverständlich. Haben wir jetzt leider nicht die Zeit, darauf einzugehen. Einige von euch, glaube ich, wissen, was ich da meine. Aber Hiskia betet zu Gott. Und sagt, ob der Herr, dein Gott, hören wollte, alle Worte des Erds schenken, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um Hohen zu sprechen, dem lebendigen Gott und zu schelten mit Worten, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So erhebe dein Gebot für die übrigen, die noch vorhanden sind. Also Hiskia betet zu Gott und Gott erhört dieses Gebet. Und Gott tut etwas sehr Erstaunliches. Er schickt nämlich einen Engel, der in einer Nacht 185.000 Assyrer umbringt. In einer Nacht. Und dieser Engel besiegt die Assyrer. Und der König von Assyrien zieht unverrichteter Dinge wieder ab. Na gut, also wenn man die Theologen danach fragt, habe ich auch gemacht. Ich war in allen möglichen Bibliotheken. Ich habe mir alle möglichen Bücher durchgelesen. Ich kenne geschäftlich auch ein paar orthodoxe Rabbiner und habe die auch gefragt, also Juden, die auch in meinem Geschäft unterwegs sind, habe die gefragt. Auf der Messe habe ich einen getroffen und sage, hören Sie mal, Sie sind doch Rabbiner. Was halten Sie denn von 2. Könige 18, 2. Könige 19? Und er sagt dann auf Englisch zu mir, nein, ich bin zwar Rabbiner, aber ich praktiziere nicht. Hat er sich so rausgewunden. Aber ich habe mich da sehr belesen über diese Stelle, weil die mich sehr interessiert hat. Und es ist bis heute nicht klar, warum der assyrische König Jerusalem nicht erobert hat. Das weiß man nicht. Ich zeige Ihnen auch gleich noch ein paar historische Quellen zum Abschluss der Predigt. Man weiß, weil das für ihn ein Fingerschnipp war, Jerusalem zu erobern. Ja, das war ja nur noch die Stadt und der Hiskia und der Jesaja und ein paar Männer auf der Mauer. Man schätzt, dass es um die 7000 Mann waren, die noch in der Stadt gewesen sind. Es waren nicht so viele. Und man weiß nicht, warum Hiskia historisch, wir reden jetzt nur von Historie, Geschichte, Archäologie, das zeige ich Ihnen gleich noch. Das weiß man bis heute nicht. Normal müsste man sagen, ja gut, Gott hat einen Engel geschickt und hat 185.000 Assyrer auch umgebracht. Deswegen hat der Rapschake jerusalemisch erobert. Aber wenn Sie das sagen, sind Sie ja die längste Zeit Historiker gewesen. Da können Sie ja die Sachen packen, wieder heimgehen. Da glaubt Ihnen ja niemand mehr was. Ja, aber das hier, das ist Geschichte. Das ist die einzige Geschichte, bis auf eine Ausnahme vielleicht noch, die in der Bibel dreimal vorkommt. Ja, das gibt es in 2. Chroniker, das gibt es in Jesaja 36 und in 2. Könige 18. Scheinbar ist Gott die Belagerung Jerusalems so wichtig gewesen, dass er die dreimal in der Bibel aufnimmt. Und dreimal wird davon berichtet. Das ist der Anfang der Militärgeschichtsschreibung, was wir hier lesen. Alle Schlachten weltweit werden minutiös aufgeschrieben. Auch das in Gaza, was jetzt passiert. Auch was im Libanon läuft, was in Syrien läuft. Es wird minutiös mitgetrackt am PC, wann, wo, was, wie passiert ist. Und das macht man seit dieser Schlacht hier, seit dieser Sache. Das steht in der Bibliothek in Aachen, habe ich mir das rauskopiert mal vor vielen Jahren. Anfang der Militärgeschichtsschreibung. Und das, was wir hier sehen, ist tatsächlich historisch. Vielleicht könnt ihr noch mal eine Folie weiterblättern. Möchte ich Ihnen gerne noch zeigen. Was war Jerusalem? Rangesoomt. Ja, noch mal weiter. Also hier sieht man historisch links die Stadtmauer, die Hiskia gegraben hat. Kann man heute noch in Jerusalem sehen. Da haben die die Häuser abgebrochen. Und davor stand der Rapschake. Können Sie, wenn Sie wollen, im Sommer hinfliegen oder im Herbst. Und dann kann man sich das anschauen. Vielleicht noch mal eins zurück. Ein Bild zurück, bitte. Da rechts sieht man den Wassertunnel, den Hiskia gegraben hat in Jerusalem. Ist jetzt, glaube ich, auch erst, na vielleicht so 20, 25 Jahre. Ich müsste jetzt nachschauen, bin unsicher. Überhaupt erst bekannt. Also man hat den erst jüngst gefunden. Und das ist der Wassertunnel, den Hiskia gegraben hat, um die Stadt Jerusalem unterirdisch mit Wasser zu versorgen. Im Zusammenhang mit der Schlacht, wo wir gerade von gelesen haben. Das ist historisch. Das ist nicht irgendwo eine Geschichte, die man aus dem Poesieralbum irgendwo hat. Das ist Gottes Wort. Okay, wenn man mal weitermacht. Ja, das ist ein Zeichen aus einer alten Lutherbibel. Der Engel Gottes schlägt Sanherib und sein Heer. Ja, 185.000 Soldaten in einer Schlacht. Der Engel des Herrn ist auch ein Bild auf Christus. Jetzt haben wir leider keine Zeit. Müssen wir heute Abend sich wieder treffen. Dass man noch ein bisschen tiefer graben kann. Da ist viel Fleisch am Knochen. Da wäre noch viel mehr zu sehen. Ich kann es jetzt leider nur so andeuten. Wenn man noch einmal weitermacht. Das ist der Sanherib. Das ist der Chef vom Rapschaken. Das ist ein Abdruck, den hat man dort gemacht. Ein Abguss eines Felsreliefs von Sanherib am Fuße des Kudidagi in der Nähe von Sisre. Ja, habe ich auch gleich mal rauskopiert. Können wir vielleicht noch mal eine Folie weitermachen. Ja, das ist so die Lage da zwischen Türkei, Syrien und Irak. Da, wo dieser rote Punkt ist, da hat man diesen Abguss gemacht. Und das, was wir gelesen haben mit Assyrien, dass Assyrien nach Süden vordringt und Syrien und Israel angreift, das haben wir ja heute wieder, oder? Wäre es vielleicht mal wert, das, was wir heute sehen, mal mit der Historie der Bibel abzugleichen? Wäre das mal eine Bibelstunde wert? Das glaube ich schon. Das wird wieder kommen. Wir werden meiner Überzeugung nach, werden wir Zeiten bekommen, die biblisch sind. Und wo die, die ihre Bibel kennen, sagen, hier entstehen ja Strukturen, wie sie die Bibel kennt. Ja, Syrien, Israel, Ägypten, Irak, die sind alle 75 Jahre alt ungefähr. Das sind alles Nachkriegsgewechsel. Dass wir haben heute eine geopolitische Struktur im Nahen Osten, die wir früher schon einmal hatten. Und die ist nach dem Krieg, plopp, plötzlich war die da. Das ist interessant. Das hat es 2000 Jahre nicht gegeben. Da wird sich was wiederholen, ja. Aber das war jetzt mal der Sanherib, ein Abguss von ihm, ja. Ja, nochmal eins weiter, bitte. Ja, das können wir überspringen. Das ist das Sanherib-Prisma. Und auf diesem Prisma steht, ich versuche Ihnen das vorzulesen, das sind zwei assyrische Thronprismen, die in die Regierungszeit des assyrischen Königs Sanherib datieren. Sie berichten von Ereignissen aus den Jahren 701 und so weiter und sind wichtige Zeugnisse für die jüdische Geschichte, da hier die Belagerung Jerusalems während der Herrschaft des Königs Hiskia beschrieben wird, die auch in der Bibel bezeugt ist. Ach, da ist ja hier Bibelstunde auf dem Thronprisma. Ich habe Ihnen ja jetzt nur aus der Bibel vorgelesen. Jetzt machen wir ein bisschen Historie. Das ist verbürgt. Jetzt frage ich Sie mal einfach, glauben Sie eher dem oder glauben Sie eher dem? Ja, das ist ja eine Frage. Also ich für meinen Teil glaube lieber der Bibel. Aber ich finde das auch hier. Es gibt aber Leute, die finden das hier und sagen, ach, das steht ja auch in der Bibel. Ja, das gibt es halt auch. Aber ich mache es umgekehrt, ja. Die unterschiedlichen Blickwinkel der Gegner zeigen sich im Vergleich der Prismentexte mit den Stellen bei Jesaja 37 und im zweiten Buch der Könige 18 und 19. Haben wir gelesen gerade. Diese Prisma bezieht sich auf unseren Bibeltext heute Morgen. Ja. Und vielleicht noch einmal weiter. Ich glaube, ich habe noch eine Folie. Ja, genau. Da steht nämlich was ganz Spannendes drauf auf diesem Prisma. Deswegen zeige ich Ihnen das, dann kommen wir zum Schluss. Sanherib schreibt ihn selbst, Hiskia. Ja, so schreibt der Sanherib jetzt auf diesem Prisma. Ihn selbst, den Hiskia, schloss ich gleich einem Käfigvogel in seiner Residenz Jerusalem ein. Dann berichtet er, also der Sanherib, dass er Erddämme gegen ihn aufwarf und die eroberten Städte von seinem Land abtrennte. Die Furcht vor seiner Macht warf nach Sanherib, so wie Sanherib sagt, Hiskia zu Boden. Es folgt die Mitteilung, dass Hiskia durch einen Gesandten seine Unterwerfung anzeigte. Dann wird der Tribut, den er leistete, ausführlich aufgezählt. Und damit schließt der Assyrer König seinen Heeresbericht über diesen Feldzug. Was ist denn hier besonders dran? Hier steht nicht, dass Sanherib Jerusalem erobert hätte. Das ist so erstaunlich. Hier steht nur, dass der Sanherib schreibt, dass er Hiskia eingeschlossen hat, wie einen Vogel im Käfig in seiner Residenzstadt. Mehr steht da nicht. In anderen Berichten steht, wie er mit seinen Feinden umgegangen ist. Und das möchte ich jetzt nicht formulieren von hier vorne. Da schläft man schlecht nach. Das stand eigentlich dem Hiskia bevor. Aber in Bezug auf Jerusalem steht auf diesem Prisma von Sanherib, dass er Jerusalem nicht erobert hat. Und die Historiker, die rätseln, warum das der Fall ist. Und die Antwort darauf ist ja, gut, da ist ja ein Engel nachts gekommen. Das verschweigen die Historiker aber, weil dann glaubt ja niemand mehr. Dann sagen wir, er ist verrückt geworden. Aber das sagt die Schrift. Ich will Ihnen nur eins zeigen damit. Die Bibel ist zuverlässig in dem, was Sie sagen. Und es tut mir leid, dass ich das mit so einem Prisma sagen muss. Ich würde Ihnen das gerne innerhalb der Bibel zeigen. Ja, denn bevor etwas irrt, irrt das und nicht das Wort Gottes. Das sagt Jesus, ja. Der sagt ja, eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass ein Jota vom Gesetz hinfallen würde. Das sagt Christus. Und das ist so, das glaube ich auch. Da kann man sich drauf verlassen. Ich wollte Ihnen nur das zeigen, weil ich das spannend finde, weil das den Bibeltext so ein bisschen ergänzt auch. Dieses Wort Gottes ist aller Annahme wert. Und in der ausgehenden Christenheit, da mögen wir als Christen auch solche Anfeindungen erleben, wie so ein Rapschake vielleicht. Und vielleicht fühlen wir uns manchmal in unseren Gemeinden oder Kirchen auch isoliert und schwach und einsam. Dann sollen wir uns hier dran erinnern. Gott ist bei uns. Christus ist bei uns. Und zwar bis zum Ende. Ja, das hat er ja zugesagt. Und dann soll wohl die Stadt Gottes einmal fein lustig bleiben. Gott ist in ihr drinnen, steht in dem Salm. Ja, und ich wünsche Ihnen für Ihr Glaubensleben recht viel Glaubenstrotz. Den brauchen Sie nämlich. Ja, und recht viel Glaubensmut und vielleicht ein bisschen Unverfrorenheit wie der Rapschake auch. Wenn Sie im Geschäft gefragt werden, geben Sie mutig Zeugnis vom Glauben. Und wenn Sie hinterfragt werden, fragen Sie doch mal zurück. Wer fragt, ist immer im Vorteil. Ja? Ja, also ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, ich habe bei einer Bank gearbeitet, damit schließe ich dann. Und wir waren im Großraumbüro und er hat mich dann wegen meinem Glauben gefragt. Und dann hat sich so ein Glaubensgespräch da entsponnen. Er war ein bisschen spöttig. Und meine Kollegen hatten alle große Ohren auch. Und dann sagt er, gut, wer glaubt denn in die Bibel heute noch? Das ist ja ein altes Buch, ja. Und dann habe ich einfach zurückgefragt und sagt, weißt du denn überhaupt, was im Epheserbrief steht? Nö, sagt er. Sag ich, weißt du denn, was im Römerbrief steht? Nein, natürlich weiß ich nicht, was im Römerbrief steht. Sag ich, kennst du denn die fünf Hauptthesen im Kolosserbrief? Nee. Sag ich, genau, die gibt es nämlich gar nicht. Sag ich, du kennst die. Du kennst die Bibel überhaupt nicht und du spottest über die Bibel. Wie dumm ist das denn? Würdest du auch über das Grundgesetz oder über das BGB spotten, ohne das BGB zu kennen? Du hast doch gar keine Ahnung. Du kannst mal zu mir kommen, dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Was haben denn Adam und Eva im Paradies gegessen? An Apfel. Sag ich, auch falsch. Fragen Sie mal zurück. Legen Sie sich ein paar Antworten bereit. Und seien Sie mal wohl zuversichtlich darüber, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das wird uns durchtragen bis zum Schluss. Dieses Wort ist Rat und Macht zum Krieg. Das ist so. Amen. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Vielen Dank.